Hallo und willkommen zurück zu Dying Light. Ja, wir sind hier jetzt gleich beim nächsten Safe Point. Wollen wir mal hoffen, dass wir da jetzt ohne große Probleme rankommen. Du gehst mal ganz schnell weg von uns. Das ist auch ein Zombie. Aber das Safe House ist in der Richtung. Schnell hoch, 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 hoch. Oh Gott, Alter, der kommt mir ja hinterher. Wo ist der? Ich muss H drücken für ein Medikit, alles klar. Ja, komm her, los. Ich hoffe, das hat dir gereicht, du Arschloch. So, und da sind noch ein paar mehr drin, ne? Ja, los, komm, na, fress doch den da unten. Gut, der ist jetzt hoffentlich tot. Immer noch nicht. So, den hat's auch hingerafft. Und ich hoffe mal, jetzt haben wir hier ein bisschen Ruhe. Schnell zumachen, der ist nämlich ausgesperrt. Tada! Und da müssen wir hin. Jo, brechen wir dat schnell auf. So, schalten wir dat Ding mal an. Alles klar, so. Ist das hier jetzt ein Safe Point schon? Nein, natürlich nicht. Ordentlich drauftreten. Sicherheitszone freigeschaltet. Wunderbar, das ist doch immer schön zu hören. Wollen wir doch mal gucken, ob wir was reparieren können. Ihn hier vielleicht? Joa. Gut, wie viele Metallteile haben? Wir können, glaube ich, nicht mehr. Doch. Oh, wir haben auch noch zwei Metallteile. Schön. Äh, so, und dann geht's hier hin. Wollen wir mal eben gucken. Okay, okay, das sollte ja wohl so noch funktionieren. Klettern wir da mal hoch. Oh, hier war auch ganz gemütlich. Durch den Tunnel möchte ich ungerne laufen. Da ist nämlich ganz schön was los. Okay, da hoch. Hier nochmal alles durchsuchen. Oh, Müsli-Riegel. Ah, da wurde auch gleich gegessen. Plastikteil noch schöner. Äh, jetzt komme ich da aber nicht hoch. Muss ich da durch den Tunnel oder was? Survivor ist in Zeit. Okay, nee, wir könnten, wir probieren das mal so. Dem wir hier einfach mal so schön lang krennen. Perfekt, das funktioniert doch. Das sieht hier doch schon mal einigermaßen sicher aus. Und dann jetzt einfach nur noch in die Richtung. Und dann sollten wir ja auch schon fast da sein. Autsch. Oh, jetzt darf ich hier bloß nicht runterfallen. Das wäre ganz ärgerlich. Ich muss hier nur irgendwie runterkommen. Eui, eui, eui. Also. Ein bisschen Jump and Run hier. Tatsächlich, ich hätte wirklich durch den Tunnel gemusst. Oh Gott, ich hoffe, ich komme irgendwie wieder zurück. Okay, wie mache ich das denn jetzt am geficktesten? Hier, das sieht doch ganz gut aus. Ohne große Probleme. Dann geht's auch mal direkt da oben wieder hoch. Suchen Sie nach Gasis Versteck. Ach, der hat sich hier versteckt. Gasi, sind Sie da? Achso, kann ich nicht öffnen. Wenn Mama nicht happy ist, ist niemand happy. Also, mach Mama lieber happy. Gasi? Ich auch. Wir haben denselben Namen. Bist du von der Videothek? Nein, ich heiße Crane. Crane? Das räumt sich auf Rain und Dane und Zane und Lane und Main und Nane und auch auf... Darf ich reinkommen? Nein, nein. Das geht nicht. Auf gar keinen Fall. Heute ist mein Tag mit Mama. Heute ist Muttertag. Und das ist der wichtigste Tag in der Welt. Bist du von der Videothek? Warum fragst du das dauernd? Weil du mir meinen Film über mich bringen solltest. Er heißt Charlie. Und handelt nur von mir. Und wie clever ich bin. Gasi, wenn ich dir den Film bringe, lässt du mich dann rein? Logo. Dann könntest du mitgucken. Heute ist Muttertag. Und wenn Mama nicht happy ist, ist keiner happy. Oh, und sie will Schokolade. Mama will Pralinen. Nee, nee. Das ist jetzt echt zu viel. Keine Diskussion mit Gasi. Bringt nichts. Haben auch die in der Apotheke gesagt. Ja, da haben sie glaube ich auch recht, dass man mit dem nicht richtig diskutieren kann. Oh, jetzt muss ich ja schon wieder... Oh Gott, so weit. Komme ich da auch irgendwie anders hin? Da ist auch wieder hier so ein Tunnel, denke ich mal. Blöder Gasi. Wo ist denn... Das Gree-Paket? Ach, das ist da. Hey, jetzt lass mich da... Oh. Essen... Oh Gott, essen gibt's heute nicht. Ah, das hier wurde wohl auch schon überrannt. Ich habe doch gerade Schüsse gehört. Oh, da möchte jemand mal in die Übertragung schauen. Das machen wir doch. Fechtmeister. Sie haben soeben einen Waffen-Upgrade aufgesammelt. Yay! Und dann nehmen wir doch mal... Was ist jetzt denn los? Ist das Spiel abgeschmiert? Nein, das war nur ein kleiner Ruckler. Fechtmeister. Und Fechtmeister. Begibt hier wieder ein besseres Handling. Sehr schön. Halt! Oh, das war... War echt zu schnell. F6. Okay. Nein, so. So. Okay, ich schreib dir doch mal. Ich hoffe, dass es funktioniert hat. So, fortfahren. Alles klar, das funktioniert. Das ist doch schön. Jetzt habe ich... Wieso habe ich denn hier so einen alten Hammer? Das will ich doch gar nicht. Äh... Da hier auch so einen Clown-Hammer. Für... ihn hier. Jetzt muss ich mich natürlich auch noch ein bisschen besser anstrengen, wenn da so einer live zuschaut. Ich muss hier wieder raus. Ei, ei, ei. Okay, das ist mal eine ganz schöne Horde. Rennen wir mal da vorweg. So, wo muss ich jetzt überhaupt? Okay. Ich muss wahrscheinlich wieder da hoch. Und das ist... Ei, da ist mal... ordentlich was hinter. Ja, kacke, muss ich jetzt doch durch den. Ich hoffe mal nicht. So, wir sind hier jetzt auf der Autobahn. Autobahn. Bam, bam. Ich würde sagen, metzeln wir uns hier mal ein bisschen durch. So, da kann ich hier aber runterspringen. Da muss ich auch hin. Hey, das passt ja. Gut, da ist nix drinne. Gott, da ist wieder so ein großer... Hallo, Officer. Wie zum Teufel komme ich denn hier rein? Gott, mach weg. Au. Bam. Ich hoffe, das hat gereicht. Jawohl, der steht nicht mehr so schnell auf. Und Polizeischlagstock noch schöner. Hat sich ja richtig gelohnt, den umzuhauen. Meine Fresse, nicht jetzt. Alter, da... Ach, das ist doch... Charlie, Charlie. C wie Charlie. Oh. Alter. Was haben wir da denn? F halten zum Suchen. Das gibt wieder Gold. Alter, sehe ich auch noch so einen Leichenbau auf. So, so ein... Ja, ist das so ein Seuchenschutzprogramm-Dingens? Ach, C wie Charlie. A, B. Da. Videokassette. Hier. So, und jetzt geht's einmal da so quer rüber. Da war doch irgendjemand hinter mir. Ist da lang gerannt. So, was haben wir... Da denn noch? Okay, gehen wir da nochmal hoch. Was ist das denn für einer? Fick dich. So, die scheint tot zu sein. Da würde ich sagen, beende ich da mal mit kurz die Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.